Ein gebrauchter Jaguar XF steht hier zum Verkauf. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei unter 18.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2015. Der Combi verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie Sitzheizung, Alufelgen, elektrische Sitze, Xenonscheinwerfer, Navigationssystem und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine satte Leistung von 200 PS an das 8-Gang-Automate-Getriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,10000000000005 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.